Bevor das eigentliche Video losgeht, gibt es passend zum Adventskalender auf meinem Kanal die Möglichkeit was zu gewinnen. Zusammen mit meinen Kooperationspartnern RandyRun, NerdArea und Holzkern könnt ihr euch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr gleich. Vorher zeige ich euch, was es überhaupt erst zu gewinnen gibt. Und zwar habt ihr von RandyRun viermal die Chance einen Coupon von jeweils 10€ zu gewinnen mit dem Hashtag RandyRun nehmt ihr am Gewinnspiel für den Coupon teil. Von NerdArea gibt es die Bubblehead Figur von Finn zu gewinnen mit dem Hashtag NerdArea nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Und von Holzkern gibt es die Urherbstdämmerung zu gewinnen mit dem Hashtag Holzkern nehmt ihr an dieser Verlosung teil. Zudem bekommt ihr mit dem Rabattcode LECHES15 bis Ende des Jahres auf holzkern.de bei allen Einkäufen 15% Rabatt. Links zu den Homepages der Kooperationspartnern unten in der Videobeschreibung gerne auch mal vorbeischauen. Das wars aber noch nicht Leute und zwar geb ich auch noch was dazu. Als persönliches Dankeschön an euch. Ich verlose meine Microsoft Livecam HD3000, die ich anfangs für YouTube genutzt habe, aber noch immer im Top-Zustand ist. Für alle von euch, die wirklich kein Geld haben für eine Facecam, schenke ich die euch, damit ihr auch, wenn ihr eventuell YouTube-Videos macht, mit der Facecam Videos machen könnt. Mit dem Hashtag Facecam nehmt ihr an der Verlosung teil. Und umso aktiver ihr seid, umso öfter ihr das Ganze kommentiert, umso größer natürlich auch eure Chance was zu gewinnen. Das Gewinnspiel geht bis zum 24.12. und alles was ihr tun müsst, ist einfach kommentieren mit dem jeweiligen Hashtag. Ihr müsst das Video liken und Abonnent von meinem Kanal sein. Gleichzeitig auch die Abonnenten auch öffentlich stellen, damit ich auch wirklich nachvollziehen kann, dass ihr wirklich meinen Kanal abonniert habt und ich somit dann natürlich auch den Gewinner auslosen kann. Der Gewinner wird dann am 24.12. auf YouTube angeschrieben, also immer mal wieder in eurer Nachrichtenfachschauen auf YouTube. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr mir gerne auch auf Twitter und Instagram folgen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Freitag Leute, der Adventskalender läuft weiter. Das Intro habt ihr gesehen. Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, einfach die Bedingungen erfüllen, was ich im Video vorgestellt habe. Leute, ihr habt schon zahlreich mitgemacht. Dankeschön auf jeden Fall auch für euren krassen Support in letzter Zeit. Es kommen so viele Leute dazu, die Videos gehen sowas von durch die Decke. Wirklich Dankeschön an jeden einzelnen von euch da draußen. Deshalb, wie gesagt, will ich euch auch was zurückgeben, Leute. Und jetzt will ich auch irgendwie zur Überleitung euch in dem Sinn hier mit dem Video was zurückgeben. Alle, die keine Zeit hatten, bei dem Livestream dabei zu sein, Leute. Wir haben die Cavani 90er SPC gemacht, haben danach heftig viele Packs bekommen. Die Packs habe ich aufgemacht und werde euch jetzt danach den Livestream runtergeladen. Ich werde euch jetzt direkt das Bestoft zusammenschneiden. Ihr habt im Hintergrund einfach ab und zu mal ein bisschen Musik, die ich im Stream habe laufen lassen. Meine Reaction natürlich nur von dem Mikrofon hier. Nicht die beste Qualität. Und halt einfach auch eine Live-Reaction, weil wir haben das ganze Ding gestreamt. Also wie gesagt, es ist nicht ein Doppel-Upload oder sonst was. Es ist einfach nur ein Best-of aus den Packs, die wir da quasi dann rausbekommen haben. Und, so viel sei gesagt, Leute, ihr habt es im Titel bestimmt schon gesehen. Es waren dreimal In-Form hintereinander, zweimal Walkout bzw. dreimal Walkout, zweimal In-Form, einmal normal. Es war mega, mega geil. Im Endeffekt habe ich knapp 100k, wenn überhaupt, für Cavani ausgegeben. Und ich habe einfach sowas von Bock. Thema Cavani am Sonntag, Früh oder Abend, je nachdem. Folgt mir da einfach auf Instagram. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden, wann da dann was online kommt. Kommt eine Serie zusammen mit Cavani. Wird auch ein richtig geiles Ding. Cavani 11 werde ich das Ding nennen. Und dann würde ich sagen, Leute, starten wir direkt rein. Ich zeige euch natürlich die besten Packs und danach ist das Video dann auch direkt zu Ende. Heißt, wir sehen uns hier nicht mehr mit der Facecam. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und Dankeschön, wenn ihr es bis zum Ende schaut. Ihr seid die Besten. Haut rein. Viel Spaß. Sondern auch die Knut. Ähm. Premium Gold sind halt auch scheiße. Die machen wir auch noch. Kann er mir die Teams zur Bewertung schicken? Ja, auf Instagram. Ich denke, Mike wird zum nächsten Stein posten. Der ist Schlitz. Schlitz in dem 7.5er Set. Oh yeah. Deutschland. L.M. Reus. 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 Halsbaul. Reus im 7.5er. Nie im Leben. Reus im 7.5er. Reus im 7.5er. Walkout. Oh yeah. Jungs, alle mal Hashtag Walkout. Oh yeah. Geil. Oh yeah. In Voranko. Komm. Deli Alli. Bin mir Glück, Bruder. Ich kann gar nicht hin und gehen. Ey, jetzt muss aber ein Schlitz drin sein, Digga. Ja, endlich. In Form. Ronaldo. Serbien. Wer ist Serbien? Linkes Mittelfeld. Hamburg. Kostic. Gib ihn. Oh, 90 Tempo, Digga. Vorankommen. Oh, nur auf den Gebündel, Bruder. Muss vorankommen. Okay. Das, was dahinter war. Absolut lächerlich. Aber in Form, Digga. Ja, doch. Kaffalesch. Ein paar Tschecki Gläser. Komm, Ronaldo drauf. Gib mir die Chance, Bruder. Malo drauf, wo Ronaldo drin. Komm, Schlitz. Ja, in Form. Der ist glaube ich wieder in Form. In Form. Bäh. Konoplia. Was ist denn das? Ne, Digga. Von Schach. Malos. Oder wie heißt der? Malos. Lecker. Lecker. Oh, der ist sogar Walkout. Oh, yeah. Geil. Der ist sogar Walkout. Äh, ich denke nicht so viel. Oh, Alejandro Gomm ist auch noch dahinter. Ja, ich hab' gesagt, die wechseln nur P länger. Mhm. Hetzlein, in Form jetzt. Und Reus. Ja, Malos. Geht zu über 20 Jahren weg. Chris, Halt Stopp. Malos. Was haben wir jetzt? 12 oder 6? Nein, das ist leider noch 6. Komm schon. Gib ihm. Ellie, gib mir ein Schlitz, Digga. Ellie, gib mir eh keinen Schlitz, oder? Oh, doch. Ist das wieder in Form? In Form. In Form. In Form. Hopp. Italien. ZM. Italien, ZM. Paris. Wer ist es? Verratti! 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 Halt Stopp! Verratti! Jeeeeee! Gib ihm! Was? Was? Komm her! Mann! Jeeeeee! Yes! Dreimal in Folge in Form, Digga. Dreimal! Angeblich wusste ich, dass Verratti ein Team of the Week ist, Digga. Angeblich wusste ich, dass der Team of the Week ist. Oh, das ist Verratti wert. Ja, 100 Kälte. Aber, Digga, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht schon mal Team. Oh, ja, Digga. Oh, ja. Oh, ja. Sehr schön mit Verratti. Der schöne Passage in Form und Kawai. Oh, ja. Oh, ja. Oh, geil, Mann. Geil, Mann. Geil. Ich bin so was zufrieden. Prime Goldspieler-Set haben wir noch. Machen wir das Ding in 3, 2, 1. Gib mir doch mal einen Schlitz, ey. Komm schon. Alter, Digga. 88er in Form ist mein bester Spieler. Ich bin am Schlitz. Kein Schlitz, Digga. Ach, du Scheiße. Verdammte Scheiße. Diese Possen. Aber, Digga, Scheißegal, Mann. Das war einfach nur gut. Oh, Martial. Ehrlich? Ja. Digga, was? Ich hab den geskippt. Ach, du Scheiße! Psychische Musik Ach, du Scheiße! Untertitelung. BR 2018